Wir versuchen, den Grundsätzen einer Schule ohne Rettungshof gerecht zu werden, wo immer wir können. Für jeden Einzelnen bedeutet das, sich dafür einzusetzen, dass an der Schule nachhaltige Projekte entwickelt werden für Verbindungs- und Diskriminierung. Es bedeutet, sich klar gegen Gewalt oder diskriminierende Äußerungen in der Schule zu stellen, sich für eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema zu bemühen und dafür Sorge zu tragen, dass an der Schule jedes Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierung durchgeführt wird, um wahlfristig jede Art der Diskriminierung zu vermeiden. Das Besondere an der Schule ohne Rettungshof ist, dass die Initiative allein von Schülerinnen und Schülern ausgeht. Wir diskutieren das Entscheidende über Inhalte und Aktionsformen, ohne dabei beformuliert zu werden. Selbstverständlich stehen uns unsere Lehrinnen und Lehrer, wo wir unsere Partnerin Heide Kondscher und die Bistrii Herrmann dabei unterstützen zu sein.